Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immobilie der Woche. Heute haben wir ein saniertes Ferienhaus mit Moseblick in Zell für euch. Jeder, der schon mal in Zell unterwegs war, weiß wie schön es dort ist. Und bei diesem Ferienhaus habt ihr ca. 80 Quadratmeter Wohnfläche, 4 Zimmer, Küche, Bad, ein sehr pflegeleichtes Grundstück von ca. 37 Quadratmetern. Und dieses Haus könnt ihr für 160.000 Euro zuzüglich 3,57% Maklerquartage erwerben. Und im Anschluss folgen jetzt noch ein paar Fotos. Und wie immer, wenn ihr Interesse habt, meldet euch, dann vereinbaren wir einen Besicherungstermin und schauen uns die Immobilie gemeinsam an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017